Polizeiberichte Berlin 16. Dezember 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Fußgänger erlitt bei Unfall lebensgefährliche Verletzungen Nummer 2346 Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Gatow einen Fußgänger an. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 34-jähriger Mann gegen 16 Uhr die Fahrbahn der Gatower Straße. Ein 47-Jähriger, der mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt auf der Gatower Straße in Fahrtrichtung Emil-Bastek-Straße unterwegs war, fuhr den Mann an, woraufhin der Fußgänger gegen die Windschutzscheibe prallte und lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem am Kopf, erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht Frau nach Verkehrsunfall auf Intensivstation Nummer 2347 Gestern Nachmittag kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-Jähriger mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr auf der Straße am Tierpark in Richtung Elfriede-Tigör-Straße unterwegs. An einer Fußgängerfurt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße soll die 65-jährige Fußgängerin die Fahrbahn betreten haben. Der Autofahrer erfasste die Fußgängerin frontal. Dabei wurde die Frau mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Sie wurde so schwer am Kopf verletzt, dass sie von alarmierten Rettungskräften noch am Ort reanimiert werden musste und dann unter weiteren Reanimationsmaßnahmen auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht wurde. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn der Straße am Tierpark stadtauswärts musste von 15 bis 20.30 Uhr gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung nicht betroffen. Ob die Ampel für den Fahrzeugverkehr oder die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt rot zeigte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, führt. Bericht, Kind angefahren Nummer 2348 Gestern Abend ereignete sich in Marienfelde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 68-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der Westkammstraße nach rechts in die Hildburghauser Straße ab, als plötzlich ein Ball auf die Straße gerollt sein soll. Unmittelbar danach soll dann ein elfjähriger Junge dem Ball hinterhergerannt sein. Der Mann fuhr das Kind in der Folge mit seinem Wagen an, wodurch es eine Fraktur am Kopf erlitt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Elfjährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Autos angezündet Nummer 2349 Gestern Abend zündeten bisher Unbekannte im Kreuzberg mehrere Fahrzeuge an. Nach bisherigem Kenntnisstand meldeten Anwohner der Waldemarstraße gegen 18 Uhr 40, dass dort um die 20 dunkel gekleidete und vermummte Personen durch die Straße in Richtung Adalbertstraße zogen. Dabei skandierten sie linke Parolen, zündeten Bengalfeuer sowie Pyrotechnik und legten Brandsätze auf die Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen. Während zwei Fahrzeuge, ein Mercedes Gle und ein Mercedes CLA, anfingen zu brennen, erlosch der Brandsatz an einem Mercedes C180 von selbst. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände an den beiden erstgenannten Autos. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Personen entkamen. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht, Kind mit E-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt. Nummer 2350 Gestern Abend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall in die Torstraße nach Mitte alarmiert. Gegen 19 Uhr 40 befuhr nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen ein 28-Jähriger mit seinem Wagen die Torstraße aus Richtung Brunnenstraße kommend in Richtung Tchausseestraße. Auf Höhe der Bergstraße soll unvermittelt ein Zwölfjähriger mit einem E-Scooter, auf dem sich noch zwei weitere Kinder befunden haben sollen, auf die Fahrbahn der Torstraße gefahren sein. Der Autofahrer gab an, er habe trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch nach links einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Ein am rechten Fahrbahnrand stehender Transporter habe seine Sicht zusätzlich erschwert, sodass er die Kinder mit dem E-Scooter erst zu spät habe wahrnehmen können. Durch den Zusammenstoß wurde der Zwölfjährige auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt einen Knochenbruch und eine Verletzung am Oberkörper. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er und zwei Ersthelfer betreuten den Jungen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde das Kind operiert und verblieb stationär. Die beiden mitfahrenden Kinder waren noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte weggelaufen. Die Torstraße musste von 19.40 bis 22.50 Uhr zwischen Ackerstraße und Kleine Hamburger Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City, führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Bericht, Unfallflucht nach Zusammenstoß mit sechsjährigem Jungen Nummer 2351 Gestern Mittag soll sich eine Radfahrerin vom Unfallort in Lichterfelde entfernt haben, nachdem sie einen Sechsjährigen angefahren hatte. Die bislang unbekannte Frau war nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen gegen 13 Uhr auf dem Radweg auf der Götzallee in Richtung Teltow unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Götzallee-Trakstraße soll sie den Sechsjährigen angefahren haben, der im Begriff war, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einen Bus der Linie M85 einzusteigen. Dabei sollen sowohl der Junge als auch die Radfahrerin gestürzt sein. Letztere soll anschließend ihr Rad aufgehoben haben und weitergefahren sein. Der Kleine wurde von alarmierten Rettungskräften mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.